So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, machst du das, machst du das nicht? Jetzt ist schon wieder irgendwas dazu hier und so und deswegen denke ich mir, mache ich jetzt einfach. Die Pokemon Go City Safari wurde vor rund 10 Jahren angekündigt. Mittlerweile hat Schilling ein Video darüber gemacht. 10 Jahre später sind jetzt auch Grafiken dazu aufgetaucht, wieder mal. Und es rückt ja trotzdem ein bisschen näher. Ich habe gedacht, das Ganze ist ja eh erst im Oktober und November. Das hat ja Zeit, das brauchst du ja nicht hier im August anzukündigen. Das merkt sich eh keine Sau. Jetzt ist schon Mitte September und immer wieder wird davon geredet und es haben immer noch nicht alle Leute auf dem Schirm. Aber wer wirklich vor hat, an einer City Safari im Pokemon Go teilzunehmen, den sollte man vielleicht doch schon mal informieren, wenn dann wieder Flüge gebucht werden müssen, wenn da wieder Hotels gebucht werden müssen, wenn da Freundschaften über Paarship geknüpft werden müssen, dass man jemanden hat, bei dem man unterkommen kann in einer fremden Stadt, in Mexiko-Stadt, beim Kartell. Das ist auf jeden Fall wichtig, das jetzt schon zu wissen. Eigentlich ist ja heute Montag. Normalerweise gab es Montag immer Mexiko und Monday, aber das ist momentan jetzt erstmal nicht das, was man machen kann. Dann müsste ich eigentlich was mit Zygarde machen, dann müsste ich eigentlich was mit einem Mega-Raid machen, dann müsste ich eigentlich generell mal, und das ist schon wieder alles auf einmal. Ich habe noch alte Videos vom Main-Account, die müssten auch raus, aber kümmern wir uns heute erstmal einfach um diese Pokemon Go City Safari. Was ist das? Ihr seht hier schon auf dem Bild ein Evoli mit einem Forscherhut. Wie immer, wenn Evoli irgendwie einen blöden Hut auf hat oder eine Blüte im Haar, kann das ja dann shiny sein und kann dann auch entwickelbar sein. Und dann braucht man wieder zwei Millionen Evolis, damit man alle entwickeln kann und alle Blüten im Haar hat und alle Mützen auf dem Kopf und alle Clowns-Nasen. Und das ist auf jeden Fall immer toll. Und wer hatte immer alles? Der Ramses. Und was es jetzt zu betrachtest, Pokemon Go ist aus einer ganz anderen Sicht. Ich sage es euch, wie es ist. Diese City Safari hätte ich komplett mitgenommen mit dem Main, weil das sind drei Städte. Das findet hier statt in Seoul, Südkorea vom 7. und 8. Oktober. Dann geht es nach Barcelona, Spanien, 13. und 14. Oktober. Und dann, 4. und 5. November, Mexiko statt. Da gibt es überall diese Evolis. Da gibt es überall ein neues Pokemon. Jetzt weiß ich den Namen aber gerade nicht. Da gibt es überall ein besonders starkes Pokemon und es gibt überall ein regionales Pokemon. Pokemon. So. Die einzelnen Städte zeige ich euch jetzt mal, was es da ungefähr so für Pokemon gibt. Und dann könnt ihr mir ja mal sagen, ob euch das interessiert, ob jemand von euch sogar vorhat, da vielleicht hinzufahren. Ich hätte mir, wie gesagt, für alle drei Städte ein Ticket geholt. Wobei das auch schon wieder Schwachsinn ist. Weil gefühlt gibt es ein neues Pokemon und das gibt es in allen drei Städten. Und das Evoli gibt es ja auch in allen drei Städten. Also eigentlich hätte eine Stadt gereicht. Am besten die, die hier in Europa liegt. Also Barcelona, Spanien dann. Was am nächsten ist, von den drei Städten da einen Trip hin zu machen. Ja. Da ich ja jetzt mittlerweile free to play unterwegs bin, werde ich mir natürlich kein Ticket holen. Werde das alles meiden. Euch aber trotzdem informieren, was es da gibt. Das ist zum Beispiel Seoul, South Korea. Ihr seht hier dieses Schaf. Das ist ja aus der Paldea-Region, glaube ich. Ihr habt ein regionales Pokemon hier mit Skaraborn. Und ihr habt ein relativ seltenes Pokemon, nämlich FM. FM ist jetzt nicht mehr so selten. Skaraborn ist trotzdem immer noch cool. Und das Schaf ist halt neu und wird direkt als Shiny eingeführt. Das sind die Highlights für Seoul. In Barcelona habt ihr das Schaf. Als starkes Pokemon habt ihr Kaumalat. Und als regionales habt ihr Relikant. Relikant, was sonst in Neuseeland rumrennt, ist cool. Aber meiner Meinung nach auch total nutzlos. Brauchst du eigentlich gar nicht. Wer da einen Shiny sucht, der könnte in Spanien da auf jeden Fall Erfolg haben. Ansonsten finde ich auf jeden Fall Kaumalat. Schon mal besser als FM. Ich finde aber Skaraborn besser als Relikant. Weil Skaraborn eben auch männlich-weiblich so große Unterschiede hat. Und auch nochmal eine Mega-Entwicklung hat. Das ist auf jeden Fall ein Biest. In Mexiko-Stadt haben wir aber auch wieder das Schaf. Wir haben als regionales das Tropius am Start. Was in der GBL, in der Superliga eine gute Figur macht. Und wir haben Milza. Milza hatte aber sein Seaday. Ist jetzt nicht mehr so selten. Kaumalat. Ja gut, hat er auch sein Seaday. FM hatte glaube ich auch sein Seaday, oder? Sie sind also alles Seaday-Pokémon. Wenn ich mich für eine Stadt hätte entscheiden müssen, hätte ich wahrscheinlich trotzdem Barcelona, Spanien genommen. Eben für Kaumalat, Bonbons. Jetzt wo Krypto, Knackrak und auch so alles mit dabei ist, wäre das am coolsten gewesen. Krypto, Knackrak, Bonbon sammeln, Kaumalat, das Schaf mitnehmen. Und ein paar Relikans, die lustig aussehen und die noch eher selten sind. So, was gibt es denn aber trotzdem sonst noch? Es gibt, wie gesagt, dieses Eboli mit diesem Hut, was sich auch entwickeln lässt. Wodurch ihr dann diese ganze Familie voll mit Eboli hättet bekommen können. Es gibt verschiedene Pokémon in der Wildnis, die ja alle aufgelistet sind. Da sind auch Icognito-Buchstaben dabei. In Seoul gibt es zum Beispiel die Buchstaben EOS, also Ös, die alle shiny sein können. Ansonsten, was ist hier noch? Palim Palim ist hier mit, was mehr Staub gibt und so weiter dabei. Wie gesagt, dieses Schaf, Skiddo heißt das hier, deutschen Begriff, sehen wir gleich, ist sowieso in allen Städten dabei. Da sind also ein paar Pokémon am Start. Dann gibt es besondere 7km-Eier, auch mit die Dänne und so drin, wer das braucht. Es gibt besondere Boni, die sind auch in allen drei Städten gleich. Die werden wir euch gleich noch sagen. Und sind halt pro Stadt besondere Sachen ausgepriesen, wo ihr dann hingehen könnt. Und ihr könnt euer Gameplay erweitern für irgendwelche anderen Sachen. Aber das ist ja eh Seoul. Das ist, glaub nicht, dass da jemand von euch hingeht. Und ja, für die Flieger unter euch, vielleicht nehmen die alles drei mit. Vielleicht sagen die auch, ach, ich habe auch keinen Bock mehr. Schauen wir mal. Gucken wir mal hier, weil das ist ja Deutsch. Genau, Spanien. So, 12 Euro kostet so ein Ticket. Hätte ich mir, wie gesagt, geholt auf dem Hauptaccount. Hier hole ich mir natürlich keins. Dann habt ihr hier dieses Evoli steht dabei. Diese Entwicklungen stehen dabei. Hier sind jetzt relativ andere Swords. Hier habt ihr jetzt Icognitos, B, C und N. Wahrscheinlich das Nummernschild von Barcelona. Hier sehe ich viele Kando-Pokémon dabei. Shiki, Sandan, Goldini, Sterndu, Sterndu, Carbador. Goldini auch mega selten in letzter Zeit. Sterndu auch mega selten. Meiner Meinung nach, Caboera hier am Start. Da ist das Kaumala. Da ist Gelatini dabei. Da ist Sankabu. Sankabu, richtig genial. Sankabu finde ich so ein geniales Pokémon. Das gab es bisher nur aus Feldforschungen. Jetzt ist es hier in Barcelona als wildes Pokémon in der Wildnis vermehrt bei dieser Stadt-Safari dabei. Das hast du in Seul nicht. In Seul. In Seul ist das nicht dabei. Da hast du Kadiflai. Aber Sankabu wäre ein weiteres Highlight gewesen, wieso man sich Barcelona holen soll. Relikant. Sehr gefragt immer bei Lucky Trades und so weiter. Kaumala hat cooles Pokémon. Mein Favorit wäre also Barcelona gewesen. Sorry. Mehigel, genau. Da ist der Name. So heißt nämlich das Schaf. Mehigel. Mehigel ist das Schaf. Neu. Wir haben das damals gefangen in Karmesin und haben das Lennart genannt, glaube ich. Hier steht nochmal was für die Evoli. Die Evoli Forschungsexpedition. Es gibt bestimmte Feldforschungen da und diese Boni für die Ticketinhaber. Der Buddy kann ein Souvenir. Kleiner Kompass finden. Die Tauschkosten betragen weniger, nämlich nur noch 50%. Logmodule halten vier Stunden lang an und ihr könnt bis zu fünf Spezialtrades an dem Tag machen im ganzen Stadtgebiet. Diese Raid-Liebe und Schwärme-Ei-Add-ons sind verfügbar wie auch ein zusätzlicher Tag. Aber das hat sich ja erledigt. Was habt ihr denn in Mexiko aber noch übrig? In Mexiko sind hier auch nochmal andere Spons aktiv. Neben den ganzen Evoli-Sachen habt ihr M, E und X als Icognitos. Also Max, das X, hierbei wohl am seltensten. Für den Hauptaccount wäre da nichts Neues dabei gewesen. Ich sage es euch so, wie es ist. Der hat das alles gehabt, der hat das alles gehabt. Der war immer aktiv, der hat immer alles gemacht. Paras dabei mit viel Staub. Okay, von den Spons sieht das hier schon fast mit am langweiligsten irgendwie ein bisschen mit aus. Ja, Geronimatz ist am Start. Ressladero ist häufig verfügbar, aber das dürfte ja eh in Mexiko sowieso das regionale Pokémon sein. Deswegen, das verstehe ich nicht so ganz, dass die anderen Städte was kriegen. Wie hier in Europa kriegen wir dann das Neuseeländische Relikant. In Mexiko taucht Ressladero auf. Achso, nee, das taucht sowieso auf, aber Drobius ist ja das Regionale, was da ist. Also in Mexiko wäre mein Ziel gewesen, Ressladero-Bonbons zu sammeln, um ein 100% Ressladero zu maxen. Denn das ist ein sehr cooles Pokémon. Gerade mit dem Wrestling-Bezug feiere ich das. Da das ja aber jetzt kein Thema mehr ist, brauchen wir Mexiko nicht mehr. Wir brauchen Seol, Seol, nicht mehr. Das hat sich auch erledigt. Mein Skaraborn war auf Level 50. Und ja, hier Relikant-Bonbons wären farmbar gewesen, wäre eine coole Sache gewesen. Das mal hochzuziehen. Und ansonsten Sangabu jagt hier auf das Schaf und diese Ebulis halt, diese Ebulis. Ich werde das Event nicht spielen, weil ich kaufe mir ja keine Tickets mehr. Ob ihr das Event spielt, das müsst ihr entscheiden. Schreibt es mal in die Kommentare, welche Stadt ihr am interessantesten findet. Welches Pokémon ihr am interessantesten findet. FM, Kaumalad oder Milza, weil das sind ja die drei Starken, die ausgepriesen werden. Oder was findet ihr von den Regionalen am besten. Trobius, Relikant oder Skaraborn. Ansonsten könnt ihr die Termine für euch aufschreiben. Ihr könnt sie auch einfach ignorieren, weil da wird sowieso kaum jemand was von haben können. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich gucke mal, ob ich einen Mega-Raid jetzt dann heute im Laufe des Tages finde. Für eine Forschung, die ich noch weitermachen muss. Und dann seht ihr das Video vielleicht morgen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.